Meine Maus. Aber ich hätte auch zu gern die Kekse, die da liegen. Gestern habe ich auch Nüsse gegessen, habe sie auf den Tisch kurz gelegt und habe irgendwas geholt, irgendwas zu trinken, glaube ich. Komm ich wieder zurück, hat sie die Nüsse geklaut, aber nicht die Nüsse an sich, sondern die Schale nur. Die Schale kaputt gemacht. An der Nuss hatte sie kein Interesse, sie wollte nur die Schale kaputt machen. Wir hatten die Holzachs mitgenommen, ja. Das Holzgewehr müssen wir uns noch holen. Ich will die andere Flinte auch haben. Aber wir haben ja noch... Okay. Ich will hier noch ein bisschen spielen. Musste das jetzt eine Eins oder eine Sieben sein? Ah, warte. Ah, jetzt. Jetzt alles falsch rum, weil Spiegel verkehrt. Ich weiß auch nicht. Wir haben Stabilisierer. Nice, was können wir dann machen? Was war das nochmal? War das für uns was oder war das für die Maschine was? Ja, nehmen wir doch. Bitte keine Drogen nehmen. Das darf nur der Charakter im Spiel. Ähm, und jetzt brauchen wir das Gewehr noch. Das Holzgewehr will ich noch nehmen. Ähm, warte, jetzt muss ich überlegen. Nach oben müssen wir. Jetzt renn doch mal! Dankeschön! Hier hatte ich alle schon durchgeguckt, oder? Hier gab es nicht noch irgendwie eine Karte. Fokale, alles mögliche an anderen Döns. Ich meine, das waren zwei Karten, die ich brauche, aber ich habe jetzt nur eine. Aber ich habe jetzt erstmal das. Ja. Oder brauche ich nur eine Karte? Ah, guck mal! Ja, ernst! Nein, bitte nicht. Da ist doch noch so ein Manneken. Würdest du das erstmal nehmen? Äh, vielleicht nicht mit dem Messer, da kommst du nicht hin. Ah, und, und? Oh, es hat wirklich gereicht. Deswegen habe ich lieber die Flint. Da hast du viel größere Reichweite und triffst eher was. Mehr Genauigkeit ist nicht meine Stärke. Ich tausche gerne Genauigkeit gegen Stärke ein. Einmal mehr Wumms deswegen. Dann hole ich mir die andere Flinte, weil ich glaube, die war sogar stärker, obwohl die ja nur einen Schuss hat. Was halt doof war, aber egal. Und dafür kriegt er das Trolls Ding. So. So rum. Weil ich glaube, eine altmodische Flinte hat zwar nicht viel Munition, aber ordentlich. schnell rein. Ja. Er hat eine hohe Ströhung. Das war der Vorteil. Ah, hat doch mehr Schuss. Stimmt, er hatte vier Schuss. Da war was. Das war keine Abwehr. Das war eine andere Flinte. Nice. Dann bringe ich ihm erstmal das Ticket. Einmal durchrennen und einmal zum Sohnemann. Also nicht unseren Sohnemann, sondern den von den Bakers. Doch, es waren zwei Karten. Karte Nummer eins. Ja. Hier nehme ich ihn mit. Ich muss die Karte Nummer zwei finden. Welcome to Paradise. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Okay. Wo finde ich Karte Nummer zwei? Hat er irgendwas gesagt? Wo das war? Ne, er sagt, ich muss das finden. Wo fange ich mit dem Suchen an? Oben. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gespielt, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die zweite Karte ist. Notkammer. Auf geht's. Auf geht's. Mit dem Skirm und dem Unterkappen? Ein schönes Wok? Ich werde ja noch mit dem Karten. Ich habe jetzt noch ein Gegenzug auf. Ja, das war ja noch ein Geheimnis. Was war ja so? Was haben wir denn da? Eine Stheolite? Die sollte eigentlich, Aus nichts. Ne, halt. Quatsch. Die sollte eigentlich auch keiner nehmen. Aber in dem Computer spielen ist das okay. Ich meine, Thun hat einfach seinen Arm wieder angenäht, als wäre nix gewesen, also. Der ist doch ziemlich unkaputt war. Dann muss ich da drüben durch... Oh, ich hab den Schlüssel weggetan. Ah, okay. Ich hab die Tür nicht gesehen. Na gut. Ich hab das Ritzenslöser gefunden. Oder vielmehr, ich hab die Tür gefunden, die noch zu ist. Das ist was doofes. Oh, Schiss. So, und dann haben wir, äh, da. War noch ein Schlüssel. Sorry. Ähm. Wo haben wir denn ich? Äh, Schlankschlüssel. Ja. Hätte er einmal wieder rüber. So, jetzt aber. Ich hab die Tür einfach nicht aufgemacht. Aber dann hat sich jetzt auch die Frage erledigt, wo ich hin muss, weil offensichtlich die Tür, die zu ist. Ja. In den anderen war ich ja überall. In den anderen war ich ja überall. Ja. Auf jeden Fall sehr faszinierende Schlüssel. Ah, hi, Umi. Wie geht's dir so? Was macht die Adritis? Verstehe. Ja, Umi. Das geht doch nicht in deinem Alltag. Kann man hier, die, die, die Dinge hier verstecken. Und ich komm auch nicht an die Flinkenmoni da hin ran. Lässt du mich mal durch? Oh, da ist irgendein Bild von irgendjemandem. Wenn die Flinkenmoni haben. Danke. Dann stopf. Nice. Okay. Die selbe Zeit wie alle anderen Uhren. So fast ich mir die nicht gemerkt hab. Oh, hier ist noch einer. Aber so ein Glück haben wir unten drunter gleich eine Uhr. Ah, Dietrich. Den nehm ich doch gerne mit. Rucksack, Rucksack, Rucksack! Danke! So ne Karte. Ein Plan für eine Waffe. Nice. Was war das für ne Waffe? Achso, das Foto von Lukas. Sein Besteck da. Haben wir hier noch irgendwas? Na, hier oder was? Was ist denn da drin? Okay. Wir haben verdächtig wenige Wackelköpfe gefunden. Aber das ist okay. Okay. Immer eine Viertelstunde. Muss man nicht auf die Mühle genau merken. Ähm, wir hatten hier unten ne Uhr. Oder? War hier eine Uhr. Da! Passt ne Uhr. Der große Zeiger auf die 3. Und der kleine zwischen 10 und 11. Das krieg ich hin. Ich würde mich nicht auf die Mühle gehen. Ich würde mich nicht auf die Mühle gehen. Würdest du bitte rennen? Danke. Dann mache ich das aber wieder rückwärts. Na, nicht so weit. Hey! Stell dir mal vor, da hast du irgendwie, keine Ahnung, ein Problem, mit deinem Bett auf einmal geracht das Bett weg und du fällst einfach in das Loch. Die Waschmaschine ist fertig. Da guck ich gleich nach. Wohin dann piepst sie die ganze Zeit. Ich geh mal kurz die Waschmaschine ausschalten. Dann haben wir aber alles. Okay, weiter geht's. Kunst, oder? Zum Glück müssen wir das nicht schließen. Da, die rote Karte. Boah. Später. Oder morgen. Also Beschiss ist ja nix drin. So was. Ähm, blau der Rohren. So, und meist der Rohren verliere ich. Oh ja, 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 ja. Die kleben die Hörn voll. Mach Rohren. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, das war die Werkstatt. Wo ich nicht reinkam. Ja, gut. Okay. Dann muss ich jetzt nur noch den Ausgang finden. Wer hat da klopft? Ich glaub hier die Fallenrichtung. Ich muss in die Richtung. Ich hab keine Ahnung. Habe ich mich erschrocken. Ja, ich bist selbst dran schuld, weil es rennt sie mir auch davor. Oh, die Flende. Oh. Das ist noch einer. Die hat doch mehr Wumms. Die andere hat halt mehr Ladung und Streuung. Ah, jetzt hab ich Lukas seine andere Karte. Das kann ich weitermachen. Halt, geh nochmal zurück. Jetzt brauch ich tatsächlich den Schlangenschlüssel nicht mehr. Und ich will auch mal speichern. So, jetzt aber. Heavy birthday kann weg. Der Schlüssel kann weg. Die Pillen mach ich auch mal weg. Ich brauch nur eine. Ich nehm die. Im Nahkampf. Ich nehm die andere Flinte doch mit. Die ist doch bisschen mehr Wumms. Ein bisschen mehr Kraft. Das kann auch weg. Ja, so lassen wir es erstmal. Dann speichern wir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020